Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir drei Aktien von der 10x Watchlist. Willkommen zu McDonalds. Aktuelle Marktkapitalisierung 197 Milliarden US-Dollar, ein aktuelles Kursumsatzverhältnis von 7,7, ein derzeitiges Kursgewinnverhältnis von 23, bei einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 20, einer aktuellen Dividendenrendite von ca. 2,4%, bei einer aktuellen Shortquote von ca. 1,2%. McDonalds schauen wir uns im 8-Stunden-Chart dann zurück. Bis etwa 2021, 2022, heute gab es die Earnings bei McDonalds und mit den Earnings hat man den Markt ein bisschen negativ überrascht und das war die erste negative Überraschung für McDonalds seit dem Jahr 2022, auch wenn die negative Überraschung sich in Grenzen gehalten hat. Im Rahmen vom Umsatz konnte man in etwa die Erwartungen der Wall Street erreichen. Im Rahmen der Earnings wurden 2,70$ gemeldet. Die Schätzungen lagen in etwa bei 2,72$. Die Geschäftsleitung für McDonalds hatte sich zuletzt bereits zurückhaltend geäußert und das Ganze heute auch nochmal bestätigt. Hier die Aussage wortwörtlich die Kunden geizten mit jedem Dollar, offensichtlich erklärte der Vorstand. Also man sieht hier auch möglicherweise so ein bisschen das Konsumverhalten der Amerikaner jetzt langsam aber sicher etwas angeknackst. Auch warnt man weiterhin vor Umsatzproblemen, vor allen Dingen auch im Bereich des Konflikts im Nahen Osten und eine schwächelnde Wirtschaft in China, dem zweitgrößten Markt nach den USA. Soviel zur fundamentalen Seite von McDonalds. Wir schauen uns das Ganze jetzt natürlich im Chart. Dann hatten die Aktie auch zuletzt erstmal im Chart mit dabei. Da sind wir darauf eingegangen, dass hier ein wunderbarer Trendkanal intakt ist und zwar seit Januar 2022 im Prinzip an der Oberseite. An der Unterseite auch mit drei Berührungspunkten. Der letzte Berührungspunkt war hier im Oktober 2023, als der Markt seinen Tief gefunden hatte, als McDonalds auch massiv überverkauft war. Zu dem Zeitpunkt auch im Wochenchart überverkauft gewesen. Hatten wir sie auch mehrfach im Video mit dabei. Danach gab es eine wunderbare Erholungsrallye, aber ein ganz klares Doppeltop. Und ob das Ganze jetzt hier ein McDonalds M wird in den nächsten Monaten, das müssen wir ganz klar abwarten. Heute wurde ein weiteres Mal dieser Aufwärtstrend angetestet und es kam auch zu einem sehr starken Dippkauf. Habt das mal bitte auf dem Schirm. Die aktuelle 8 Stunden Kerze zeigt es uns an. Das Tief war im Rahmen der Earnings bei 260 US-Dollar und damit hier sogar ganz knapp unter der Zielzone, die wir uns im letzten Video eingezeichnet hatten. Hier und auch für die Mitglieder im Discord natürlich. Hier haben wir das 61er und 65er Fibonacci zu den Tiefs im Oktober 2023 Rallye. Dann kommt er runter und jetzt hat er sich hier zuerst Support gesucht. Direkt in der Golden Pocket und heute gab es einen kleinen Dip drunter, der zum jetzigen Zeitpunkt allerdings vollständig aufgekauft wurde. Das muss man sich auch in Prozenten vor Augen führen, dass die Aktie heute vom Tief hier gut und gerne 5 bis 6 Prozent gestiegen ist. Zeigt uns zwei Dinge. Zeigt uns an, dass hier die Support-Situation im Rahmen von dem Trendkanal durchaus erkannt wird vom Markt, aber zeigt uns auch an, jetzt keine neuen Kurse mehr unter der aktuellen 8-Stunden-Kerze. Das heißt, keine Kurse unter 260 US-Dollar. Sonst wird es hier sehr, sehr kritisch. Sonst testen wir mindestens das 88er Fibonacci bei 252 US-Dollar und würden dann folgendem Szenario Tür und Tor öffnen. Dip auf 250, dann Backtest vom Channel als Widerstand, um danach gegebenenfalls in diese Zone runterzukommen in dem Bereich zwischen 230 und 210 US-Dollar. McDonalds wurde heute sehr, sehr schön gekauft am Support. Allerdings ist die Aktie auf keinem signifikanten Timeframe hier überverkauft. Also Angst im Markt kauft man jetzt hier bei McDonalds eher nicht und mittel- bis langfristig muss man sich auch ganz klar damit auseinandersetzen, dass wo wir zuletzt noch im April 2023 hier das Top von diesem Trendkanal getroffen haben, haben wir es natürlich jetzt zuletzt im Rahmen von diesem Doppeltop nicht mehr geschafft. Also hier ist ein ganz klares Warnsignal im Chart von McDonalds. Habt das definitiv mal auf dem Schirm. Und wer sich hier einen gewissen Abwärtstrend einzeichnen möchte, der muss hier meiner Meinung nach zwei Abwärtstrends einzeichnen. Einmal hier einen etwas flacheren und dann hier letzten Endes nochmal drüber einen etwas steileren, der auch die heutige Preis-Action dann mit berücksichtigt. Und das ist jetzt hier mal so die mittel- bis langfristige Situation bei McDonalds im Chart unter den heutigen Tagestiefs. Also im Prinzip kann man sagen unter 260 bis 262 US-Dollar wird es extrem gefährlich. Gegebenenfalls sogar eine Downside denkbar bis in den Bereich von 230 US-Dollar. Und wenn es hier wirklich bullish werden soll, alles klar, dann muss das heute der Dip-Kauf gewesen sein. Dann hier letzten Endes mit dem steilen Abwärtstrend durchaus noch Probleme zu erwarten. Hier ausbrechen, weiter den Trendkanal halten als Support, um sich dann im Rahmen von diesem großen Trendkanal wieder der Herzlinie zu nähern. Das wären dann Targets zwischen 290 und 300 US-Dollar. Und natürlich mittel- bis langfristig ist hier bei McDonalds ein ganz klares Doppeltop drauf. Sowas ähnliches haben wir gesehen zwischen 2022 und 2023 hier auch ganz klar Widerstand gewesen im Bereich von den 270 bis 274 US-Dollar. Und da dauert es dann eben gerne mal eine Weile, bis man ausbricht. Und deswegen habt ihr ganz klar den Deckel drauf bei McDonalds im Bereich von 300 US-Dollar. Das heißt aber nicht, dass man diese Strecke aktuell, vor allen Dingen, wenn die Bereiche zwischen 260 und 262 hier halten sollten, nicht durchaus auch für eine Gegenbewegung spielen kann. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Kommt zu AMD. Aktuelle Marktkapitalisierung. 260 Milliarden US-Dollar. Ein aktuelles Kursumsatzverhältnis von 11,5. Ein derzeitiger Jahresgewinn von 850 Millionen US-Dollar bei einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 29 und einer aktuellen Shortquote von circa 2 Prozent. AMD schauen wir uns im Acht-Stunden-Chart an. Hier im Chartverlauf zurück bis Ende 2022. Natürlich ist AMD übergeordnet hier in einem klaren Aufwärtstrend aus steigenden Tiefs. Aber jetzt lokal müssen wir uns hier die Situation ganz genau anschauen. Vom Allzeithoch bei etwa 227 US-Dollar ist AMD insgesamt ja runtergekommen um 35 Prozent. Hat sich jetzt einen kleinen Doppelboden gebaut und ist jetzt hier auch aktuell wieder mit steigenden Tendenzen unterwegs. Allerdings baut sich hier ein ganz kleines Rising Wedge auf bei AMD. Und wir haben ja insgesamt am Markt bitte auch noch die Situation auf dem Schirm, dass sich jederzeit noch eine kleine Welle zur Downside anreihen kann. Das wäre hier bei AMD, wenn dieser Bereich zum Widerstand wird. Gerne auch mit einem kleinen Fake-Out nach oben. Der Bereich um die 200-Tage-Linie, um die 137 US-Dollar, falls hier nochmal Schwäche reinkommen sollte bei AMD. Ganz wichtig, habt das auf dem Zettel. Das war jetzt hier durchaus ein interessanter Anstieg. Wir hatten auch im Video hier diesen überverkauften Zustand durchaus auf dem Schirm. Seitdem ist die Aktie aber angestiegen um 12 bis 13 Prozent. Ist jetzt hier auf keinem Time-Frame derzeit mehr überverkauft. Und man muss ja auch so ein bisschen diese Schulter-Kopf-Schulter-Formation auf dem Schirm haben am Top. Und zwar hier natürlich letzten Endes auch der Breakdown zuletzt. Und das kann jetzt hier von dieser Neckline auch der Widerstand, der Backtest als Widerstand werden, um danach nochmal eben ein wenig abzuverkaufen. Also AMD nähert sich jetzt hier sehr, sehr wichtigem Widerstand. Übrigens auch der Halbleiter-Index SOX ist direkt am Abwärtstrend. Auch Supermicrocomputer ist direkt am Abwärtstrend. Hier so ein bisschen derzeit die Halbleiter-Werte mit Vorsicht genießen. Rutschig könnte es werden für AMD unter den 154 bis 150 US-Dollar. Das ist hier eine Zone. Das kann dann hier der erste Impuls gewesen sein. Backtest nochmal ein weiterer Impuls. Allerdings, wenn sie uns hier drunter rutschen sollte, dann testen wir mindestens diese Tiefs an. Wie gesagt, gegebenenfalls auch die Zone um die 200-Tage-Linie. AMD um und bei der 200-Tage-Linie allerdings. Damit haben wir extrem gute Erfahrungen gemacht. Ende 2023 bei diesem September und Oktober Doppelboden. Der zweite Boden sogar knapp unter der 200-Tage-Linie. Danach eine gigantische Rallye. Also ich rechne fest damit, wenn uns die Aktie nochmal entgegenkommen sollte, dass hier der Bereich zwischen 133 und 137 US-Dollar ein toller Kaufzeitpunkt sein dürfte. Das ist hier auch der Bergtest dann letzten Endes. Der Tops aus dem Juni 2023 unter die Allzeithochs von 2021 sind wir schon drunter gebrochen. Und die machen hier auch extrem viel Sinn. Denn wir wissen, heute nachbörslich gibt es die Zahlen bei AMD. Und wenn uns die Folgendes zeigen sollten, ist es natürlich auch denkbar, dass wir hier bullisch ausbrechen aus dieser Nackenlinie. Dass sich einfach dieser Aufwärtstrend hier fortsetzt entsprechen und wir dann gute Zahlen bekommen, dann würde AMD nicht nur über die 165 US-Dollar springen, eben auch über die alten Allzeithochs aus 2021, sondern würde hier auch von der Downside seit den Allzeithochs das 23er Fibonacci rausnehmen. Das sind nämlich hier genau diese 165 US-Dollar. Das ist ganz genau das alte Allzeithoch. Das ist schon wirklich bemerkenswert, wie sich die Algos das hier zurechtgelegt haben. Und das würde dann hier oben die Zielzone eben öffnen. Zwischen 176 und den 200 US-Dollar auf dem Weg nach oben. Wenn das hier bullisch wird, habt bitte auch ganz klar die 185 auf dem Schirm. Das ist das 50er Fibonacci der Downside. Extrem wichtig. Aber auch diese horizontale Widerstandszone, die hier zwischen Januar und natürlich auch März als Widerstand funktioniert hat. Also AMD wird heute Abend im Rahmen der Earnings hochspannend. Erwartete Volatilität plus minus 8 Prozent. Minus 8 Prozent wäre hier nochmal genau im Backtest von diesen Tiefs, die wir zuletzt gesehen haben. Plus 8 Prozent wäre ganz klar der Breakout zurück über die 165 US-Dollar. Und damit durchaus auch ein Kursziel zwischen 180 und 185 US-Dollar. Dort wären wir bitte sehr, sehr vorsichtig über 185 US-Dollar. Target 200 US-Dollar. Und wenn sie die 200 US-Dollar rausnehmen sollte, dann haben wir das 88er Fibonacci zu den Allzeithochs im Bereich von 217 US-Dollar. Und nur mittel- bis langfristig, wenn sich die Aktie hier fängt. Gesetztenfall ist wie es tief ist drin. Wenn wir nochmal ein bisschen tieferes Tief bekommen, dann erhöht sich die Zielzone aber nur marginal. Und die Zielzone für übergeordnet neue Allzeithochs bei AMD ist zu beziffern im Bereich zwischen 250 und 280 US-Dollar. Wir kommen zu Biko. Aktuelle Marktkapitalisierung. 310 Millionen US-Dollar. Ein aktuelles Kursumsatzverhältnis von 1,4 und derzeit unprofitabel. Biko schauen wir uns hier im Chartverlauf an. Zurück bis 2022. Das ist eine extrem volatile Aktie. Und das muss man wirklich auch gleich dazu sagen. Meiner Meinung nach hier nur relativ kleine Positionsgrößen sind voll bei Biko. Ich muss dazu sagen, ich finde das hier aktuell durchaus interessant. Möchte aber auch gleich dazu sagen, dass wir hier im Ernstfall nochmal auf Downside uns vorbereiten müssen. Aber wir können hier durchaus uns den Chart derzeit mal anschauen aus folgendem Gesichtspunkt. Biko hat hier im Oktober 2023 nochmal frische Multi-Jahrestiefs gemacht. Hat sogar das Tief rausgenommen aus dem September 2022. Ist danach extrem stark angestiegen. Und von dieser Rallye, die wir gesehen haben, sitzen wir jetzt hier genau auf dem 61er und 65er Fibonacci. Und die Aktie zeigt uns hier durchaus eine interessante Bodenbildung. Es gab hier auch im Februar ein aggressives Wig zur Downside. Aber diese Kurse wurden danach nicht mehr angefasst. Das heißt, wir sehen hier eine gewisse Akkumulation im Chart bei Biko. Habt das bitte mal auf dem Schirm. Das könnte hier potenziell eine sehr bullische Bodenbildung sein. Wichtig dafür sind Kurse bei Biko über 50 schwedische Kronen. Den Wechselkurs auf Euro, den schauen wir uns natürlich wie immer am Ende der Analyse an. Was ich auch spannend finde, ist, dass Biko jetzt hier auf der 200-Tage-Linie sitzt. Die haben wir gestern als Support angetestet. Die Bollinger-Bänder werden hier extrem eng im Tagesstand. Hier steht eine Impulsbewegung bevor. Wichtig! Es kann hier jederzeit auch noch diese Harmonic werden. Das muss man wirklich auf dem Schirm haben. Und das muss man so einer hochvolatilen Aktie im Prinzip auch einfach zugestehen, dass sie sich hier nochmal ein 88er Fibonacci abholen kann. Das könnte dann gerade prozentual nochmal wehtun zur Downzeit. Das wären hier nochmal bis zu 37% Abwärtspotenzial. Was ich aber spannend finde, ist, wenn wir hier mal diesen Abwärtstrend uns einzeichnen von dieser Konsolidierung seit diesem Zwischenhoch, was wir gesehen haben im Dezember. Da muss man sagen, sind wir hier ausgebrochen. Also zeichnet euch hier auf jeden Fall mal aktuell diesen Aufwärtstrend ein. Klar, sobald der bricht, dann wird diese Harmonic sehr, sehr wahrscheinlich. Dann wird dieses 78er, 88er Fibonacci im Bereich von 33 bis 29 schwedischen Kronen sehr, sehr denkbar und wahrscheinlich aktueller Kurs sind etwa 46 schwedische Kronen. Wie gesagt, da hätte die Aktie dann wirklich deutliches Abwärtspotenzial. Aber im Prinzip haben wir jetzt dieses höhere Tief mal bitte auf dem Schirm hier genau beim 61er Fibonacci. Wenn wir das Thema Abwärtstrend hier nochmal ein bisschen weiter spielen wollen, wenn wir hier mal rangehen an das Top, was wir im Dezember 2022 gesehen haben und uns hier den Abwärtstrend einzeichnen. Auch da wäre Biko jetzt ausgebrochen und hier muss ich dazu sagen, da hätten wir gestern wirklich nicht nur den Backtest der 200-Tage-Linie gesehen, sondern eben auch irgendwo den Backtest von diesem Breakout aus dem Abwärtstrend. Also solange Biko diese steigenden Tiefs hier halten kann, man muss aber auch dazu sagen, hier baut sich zwischen 48 und 50 schwedische Kronen ganz klar ein horizontaler Widerstand auf. Wir brauchen das hier. Steigende Tiefs, also der Aufwärtstrend muss halten und dann den Breakout triggern aus den 50 schwedischen Kronen. Dann ist hier auf jeden Fall mal ein Backtest drin. Der 60 bis 68 schwedische Kronen, wenn wir diesen ersten Impuls ans Tief hier ansetzen, dann sogar Kurse im Bereich von 88 bis 90 schwedischen Kronen. Also hier massives Aufwärtspotenzial, mittel- bis langfristig. Wer die Aktie liegen lassen möchte, ist hier sowieso noch an sehr, sehr niedrigen Levels, wenn wir uns vor allen Dingen mal diesen massiven Hype anschauen, den die Aktie hatte 2021. Also Biko bleibt für mich auch langfristig interessant, keine Frage. Wichtig, falls diese steigenden Tiefs brechen sollten und falls uns vor allen Dingen die Aktie deutlich unter die 200-Tage-Linie rutscht hier zwischen 44 und 42 schwedischen Kronen. Dann gibt es nochmal den Backtest der übergeordneten Tiefs. Ich hatte sie jetzt aber heute mal hier im Video dabei, weil mir dieses deutlich höhere Tief und eben genau dieser Backtest von diesem 61er und 65er Fibonacci nach diesem ersten Impuls hier durchaus gut gefällt. Und um von den schwedischen Kronen auf Euro zu kommen, müsst ihr die genannten Kurse durch 11,7 teilen. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chartsoftware, die ich in den Videos benutze und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.